Hier seht ihr in diesem Video was sich in meiner Freizeit so alles macht. Das zeige ich euch kurz. So, jetzt nehme ich kurz das Handy und zeige euch wie schnell ich lauf! Oh nein, das bin wirklich ich! Und so mache ich es am liebsten. So, ausruhen. Und die letzte Runde. So, und mit. Drei, zwei, eins. Ohne mal. Lächster. Und los. Und einmal noch vor und zurück. Das war es mit deinem Freizeitvideo. Ciao.